Heimiter von Doderer, der Peinigel. In der Münchner Leopoldstraße erhielt im April des Jahres 1923 ein ungewöhnlich großer und breiter, durchaus athletisch gebauter Mann, der mit gesenktem Haupte nachdenklich dahin ging, unvermutet zwei kräftige, klatschende Ohrfeigen. Der sie verabreichte, hatte bei jeder einen Luftsprung machen müssen, so klein war er, fast ein Zwerg mit einem schmalen, blassen Gesichtlein und kümmerlichen Körpers. Die Wut des Getroffenen, der wohl ein gutmütiger Riese zu sein schien, verrauchte fast ganz, als er solcher Spärlichkeit ansichtig wurde. Er beugte sich zu dem winzigen alten Manne hinab und sagte nichts als »He, was soll's denn?« Der Kleine aber, sich hochreckend, so gut er es nur vermochte, spitzte den Mund und spuckte mitten in das Gesicht, welches sich ihm näherte. Dadurch denn endlich doch gereizt, packte der Bespuckte ihn am Genicke und hob ihn sich aufrichtend in Augenhöhe, um das Wesen näher zu betrachten. Dieses jedoch ließ jetzt alle Gliedmaßen hängen, wie es Katzen mitunter machen, die man am Genick nimmt, und miaute kläglich. Dem großen und starken Mann wurde es nun zu dumm, und er warf das Geschöpf kurzerhand über ein hier entlang laufendes, hohes Parkgitter und zwischen die Büsche. Sofort aufspringend rannte der Peinigel, denn ein solcher war es, ins Haus. Ein Peinigel ist immer von so kleiner und im Ganzen beutelförmiger Gestalt. Man hat welche und stark behaarte gesehen, die mit größter Geschwindigkeit dicht befahrene Straßen kreuzten, indem sie blitzschnell nicht nur knapp vor den herankommenden Wageningen übersprangen, sondern diese sogar unterliefen und zwischen den Rädern durchschlüpften. Im Hause hinter dem Garten wohnte die Familie Pepelka. In München nannte man sie Pepelka. Es gelang dem Peinigel sogleich, sich in dieselbe einzubohren, mit dem Erfolge, dass drei Wochen später alle Mitglieder der Familie Pepelka nicht nur miteinander schwer zerstritten waren, sondern einander bald bei jeder Gelegenheit ohrfeig bespuckten und mit Füßen traten, ja sich gegenseitig alles Erdenkliche auszureißen versuchten. Nie aber ist im Hause Pepelka jemand, auf den an sich naheliegenden Gedanken verfallen, alle Feindseligkeiten innerhalb der Familie kurzerhand beizulegen und weitere zu unterlassen, den Peinigel jedoch über das Parkgitter auf die Straße zu werfen. Seine Stellung war vielmehr eine gesicherte, er war hier längst Hausmeister geworden. Seine Herkunft, durch Wurf über den Zaun, war und blieb vergessen. So schleppten sich denn die Unglücklichen voll Gift, Galle und wechselseitiger Feindschaft noch viele Jahre durchs Leben.